Herzlich Willkommen, hier ist wieder euer Papagei. Heute mit dem neuen Update, wie ihr seid. Wir sind natürlich alle Papageien, nicht alle, aber schon mal so ein bisschen davon. Könnt ihr mal erzählen, wie viele das sind. Könnt ihr in die Kommentare schreiben. Und das ist das Zimmer, wo ich gerade bin. In der Stauffenberg-Klinik. Dann zeige ich mal so ein bisschen noch einen Umblick, damit ihr mal was sieht. Und gehen wir ganz kurz auf den Balkon. Da kann man nämlich auch sitzen. So sieht das Ganze hier aus. Das sind meine Medikamente. Schau mal, man sieht die richtig. Da sind wieder die Papagei. Ich habe auch extra einen Wecker dabei. Kann man das auch sehen. Hier haben wir 7 und 1. Das sind die Schränke. So sieht es kann sich aus. Spontan. Aber sehr gut. Da ist in der Kiste Wasser. Ich kann mir immer Wasser bestellen. Das ist auch sehr gut. Hier ist auch noch ein Telefon. Interessant muss ich gucken. Das muss ich noch anbilden, weil Hallee ist langsam. Das funktioniert nicht so. Ich komme mal hier rein. Machen wir das Licht an. Ihr seht die Toilette. Alles was man braucht. Ja. Das war das kleine Update von diesem Zimmer hier. Und dann sehen wir uns dann demnächst. Ich mache es noch mal langsam herum. Und noch mal zum Schluss. Irgendwie ist das manchmal ein bisschen verschoben. Aber dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Euer Papagei. Euer Papagei. Und dann gibt es vielleicht auch noch draußen Bilder und sowas. Wie das hier so aussieht. Bis zum nächsten Mal. Euer Papagei. Untertitel. Entivamente. 오빠 auch das es und